Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und liebe Zuschauer, hier bei der Besprechung der täglichen Handelsideen heute für den 15. Mai 2018. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen zur Besprechung meiner Handelsideen für heute. Sie sehen hier auf dem Bildschirm auch direkt einmal den Blog-Eintrag, den Sie hier jeden Morgen so gegen 8 Uhr direkt auch auf dem Blog von Tickmill sehen können. Ich habe die Website mal eingeblendet, damit Sie hier den Weg dorthin auch sehen. Sie sehen es hier oben blog.tickmill.com.de oder aber Sie gehen direkt auf die Website von Tickmill, wo Sie hier auch den Blog direkt erreichen können, um dann natürlich immer wieder auch nachzulesen über die vergangenen Blog-Einträge. Oder aber Sie sind hier bei uns auf Facebook, da sehen Sie natürlich den Eindruck direkt auch auf der Facebook-Seite von Tickmill. Das kann ich nur gerade nicht hier posten, weil ich über den Kanal natürlich das Livestreaming hier auf Facebook mache. Bevor wir mit den heutigen Handelsideen starten, natürlich der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFD auf Margen kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital auch zu verlieren. An dieser Stelle auch noch die Bitte, wenn Sie mögen und hier auch live zuschauen bei uns auf Facebook live, dann scheuen Sie sich nicht und lassen ruhig, wenn Sie die Lust dazu verspüren, den ein oder anderen Titel hier im Chat, damit wir hier einen Blick in den Chart auch hineinwerfen können. Der Handel beginnt für mich jeden Morgen gleich. Ich checke ein paar Charts, ich checke die Nachrichten. Warum Nachrichten? Natürlich, die bewegen die Kurse. Gestern war nicht ganz so viel los auf der Nachrichtenseite. Sie sehen es, heute gibt es ein wenig mehr. Die Liste ist deutlich länger als in gestrigen Tagen. Wir haben am Vormittag bzw. jetzt am frühen Morgen schon das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland auch bekommen. Es war leicht unter den Erwartungen. Die Prognose hatte eine 0,4 als Zahl erwartet. Es wurde am Ende eine 0,3. So viel entsprechend hier dazu. Dann bekommen wir am Vormittag Nachrichten aus Großbritannien. Da geht es um 10.30 Uhr um die Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlung und die Arbeitslosenänderung. Sie wissen, das sind wichtige Zahlen, die hier entsprechend auch immer Auswirkungen auf die Kaufkraft der Bürger hat. Und die Kaufkraft der Bürger hat ja dann entsprechend auch Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes. Um 11 Uhr bekommen wir hier für uns in Deutschland den ZEW Konjunkturerwartungsindex. Die Prognose, Sie sehen es hier, ist minus 8,0. Wir werden sehen, was der Markt hier ausmacht. Aktuell antizipiert der DAX ein wenig hier das etwas Gesunkene, die etwas unter den Erwartungen liegende Zahl aus dem Bruttoinlandsprodukt ersetzt. Jetzt im Handel ein wenig noch zurück. Wir werden sehen, was im Laufe des Tages daraus wird. Um 14.30 Uhr bekommen wir dann Informationen aus den USA zum Thema Einzelhandelsumsätze. Hier auch die Kernrate für den Monat April. Also hier die Umsätze im Markt der USA. Und am Nachmittag gibt es noch die ein oder anderen zusätzlichen Informationen rund um die Basis, die wir hier oben hatten. Die Arbeitslosenquote um 10.30 Uhr aus Großbritannien kann ja auch noch eine Rolle spielen, um den Markt etwas zu bewegen. Also all diejenigen, die auf dem britischen Markt ja auch schauen oder auch Währungspaare, die mit dem britischen Fund verbunden sind, sollten diese Zeit auf alle Fälle auf der Uhr haben. Dann möchte ich hier nicht weiter auf die nachrangigen Nachrichten eingehen, sondern lieber direkt in die Charts. Ich habe für Sie heute vorbereitet Situationen aus dem Austral-Dollar-Kan-Dollar. Ich habe vorbereitet den US-Dollar, japanischer Yen und den US-Dollar-SEK. Das zu den Charts. So, dann schauen wir mal, was die Charts hier machen. Wir beginnen mit dem erstgenannten Währungspaar, den Austral-Dollar-Kan-Dollar. Also hier im Tageschart, die sehen die Situation, der Markt ist hier abwärts gerichtet und hat im gestrigen Handelsverlauf aus der Korrektur heraus eine Umkehrkerze entsprechend hier hinterlassen. Wir haben gesehen, der Markt hat einen Peak nach oben gemacht und zog dann entsprechend nach unten. Der Markt kann hier, wenn sich das Ganze weiter fortsetzt, die entsprechenden Umsätze quasi auf der Verkäuferseite laufen, dann in die Umsatzbereiche, entschuldigen, jetzt habe ich Knoten in der Zunge, in die entsprechenden Unterstützungsbereiche hier hineinlaufen. Ziel ist dann natürlich die Fortsetzung dieser abwärtstrendigen Bewegung erstmal hier unten hin auf das Tief, was wir hatten, auf das letzte Trend-Tief sozusagen bei 0,95515. Diese Zahlen hier in diesem Bereich, die sind Magenta eingefärbt. Diejenigen, die immer mal zuschauen, wissen es, wenn ich damit arbeite, haben wir in der Stunde herausgezogen. Ich gehe auch direkt mal in den Stunden-Chat hinein. Ich muss noch mal klein wenig die Skalierung hier ändern. Ich sehe hier in der Stunde nämlich sehr, sehr schön, wie sich die Trends quasi gebildet haben. Was wir jetzt hier sehen, ist der Aufwärtstrend, der die Korrektur des Tagesabwärtstrends entsprechend auch darstellt. Und da haben wir hier natürlich immer mal ein paar Levels, wo wir sehen können, an den Stellen könnten entsprechend Orders von Verkäufern liegen. Das sind dann unsere Unterstützungstrades sozusagen, beziehungsweise die Unterstützungslinien. Und diese finden sich gerne im Stunden-Chat, weil das die direkt untergeordnete Zeiteinheit ist. Und diese haben wir hier irgendwo um die Marken von 0,96, 140, dann etwas tiefer hier in diesen Bereichen von diesem Korrektortief, was wir hier hatten. 0,96, 03, beziehungsweise dann hier an diesen Peak 0,95, 956. Also das ist mal so der leicht vorgezeichnete Bereich. Und Sie wissen es, wenn solche Unterstützungen sehr nah aneinander liegen, dann kann ein gewisser Orderflow, der auftaucht, relativ schnell in diese Bereiche auch hineinführen. Und das sind dann natürlich die Dinge, wo ordentlich Bewegung in den Markt kommt und wo es Sinn macht, dann hier entsprechend hinzuschauen. Und Sie sehen, die Stunde ist mittlerweile auch wieder abwärts gerichtet, hat den Aufwärtstrend hier gebrochen, sodass wir einen Stundentrend nach unten haben. Und mit Blick in den Tagesschat haben wir den Tagesschat ebenfalls nach unten gerichtet. Das heißt, wir haben hier zwei Zeiteinheiten, die mit ihren aktuellen Trends in die gleiche Richtung laufen. Und das ist immer sehr charmant, wenn wir den Handel in die Bewegung hinein mit dem Geld aus der übergeordneten Zeit hinein traden möchten. Also das doch für entspanntes Traden hier ein guter Hinweis. Das nächste Währungspaar, was ich heute aus der Analyse herausgefunden habe oder gezogen habe, war oder ist der US-Dollar, japanischer Yen. Auch diesen Chat ziehe ich Ihnen direkt in den Blickpunkt des Tages hinein. Wir sehen hier einen Markt, der ein Widerstandslevel hier oben in diesem Bereich hat. Das sehen Sie hier oben bei der 109, also bei knapp 110 in diesem Bereich ist ein Widerstand, wo der Markt auch immer mal reingelaufen ist. Unten haben wir eine momentan tragfähige Unterstützung in dem Bereich zwischen knapp 109 und hier unten 108,6. Da hat der Markt schon immer mal gehalten, zwischen diesen beiden Bereichen pendelt der Markt momentan immer so ein bisschen hin und her. Und hier muss er oder wird er sich wahrscheinlich irgendwann entscheiden. Tendenz ist jetzt hier, Sie kennen das ja auch schon immer wieder das Gleiche. Wenn wir hier eine Range haben, wo wir sehen, der Markt prallt immer von oben ab und läuft gerne die unteren Levels an, dann bietet es sich natürlich an, von oben nach unten und von unten nach oben zu traden. Das ist so das kurzfristige Szenario von solchen Seitwärts-Ranges. Und dann gibt es natürlich immer noch die Situation, dass der Markt auch durch eine dieser beiden Seiten ausbrechen kann. Da wir uns momentan auf der Oberseite befinden, beleuchten wir mal kurz das Szenario auf der Oberseite. Weil wenn wir hier oben den Ausbruch haben, dann wäre es natürlich auch charmant, wenn wir relativ nah entsprechend auch neue Anlaufpunkte haben, wo der Markt auch hingehen kann, wo Order-Management auch geplant werden kann. Und da haben wir hier an dieser Stelle das nächste Level von 110,43 etwas weiter darüber. Dann hier sehen Sie es, diese eng beieinander liegenden Höchstkurse der Tageskerzen. Also wenn hier Dynamik reinkommt, kann der Markt halt auch relativ schnell oben reinlaufen. Sie sehen ja, wie groß die Schwankungsbreite dieser Kerzen momentan ist. Also ein bis zwei dieser Felder sind in Tagesbasis schon mal möglich. Und wenn wir hier beispielsweise oben drüber gehen, dann haben wir hier eins, zwei Felder. Dann liegen wir hier schon in diesem Bereich drin. Also Sie sehen, die Dynamik, wenn sie entsteht, kann durchaus schon für einiges an Kursbewegung oben hinaus führen. Das ist sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Mit Blick auf diesen Trend, den wir hier haben, schauen Sie diesen Trend. Ich zeichne es Ihnen am besten gleich auch noch mal ein. Nehmen wir mal hier einfach, ich lasse die Farbe jetzt einfach mal so. Ich hoffe, das stört Sie nicht, dass das kein Schwarz oder Ähnliches ist. Einfach mal den Trend entsprechend hier einzeichnen, wo es gab. Und Sie sehen, wir sind hier, ich mache es mal in Feinjustierung, hier oben hineingelaufen. Das sind so die Punkte. Hier war nur ein Peak. Also es stört auch nicht, wenn man sagt, man zieht das jetzt hier oben durch. Das ist jetzt hier die Feinarbeit, was man dann in den untergeordneten Zeiteinheiten relativ gut sehen kann, wo die Trends dann auch tatsächlich hingelaufen sind. Und worauf ich jetzt im Endeffekt hier hinaus will, ist die Tatsache, dass der Markt hier zwar innerhalb dieser Range hin und her pendelt, aber der Markt hat auch schon mal unter dieses letzte Korrektur, die von dieser Aufwärtsbewegung gelaufen ist. Das heißt, dieser Aufwärtstrend hier wurde schon mal leicht angeknackt. Das heißt, irgendwas ist damit nicht mehr ganz in Ordnung. Jetzt kann es hier natürlich ohne weiteres passieren, dass der Markt einfach wieder einen neuen Aufwärtstrend bildet. Das sieht dann im Endeffekt so aus, dass wir hier schauen, Sie hatten wir die erste Bewegung. Die führte oben rein. Hier hatten wir ein höheres Tief gehabt und wenn der Markt hier oben rausschiebt, dann haben wir einen zweiten Aufwärtstrend, der in Richtung des Vorhergehenden gegangen ist oder vom Prinzip her läuft. Und damit ist die Dynamik nach oben entsprechend auch gegeben. Das heißt, wir haben wieder einen Trend, der das Szenario nach oben entsprechend auch mitgehen würde. Kommt es allerdings zu einem Abprall in diesem Bereich und der Markt zieht nach unten, dann kann es natürlich auch genauso gut sein, dass wir hier unten einen Abwärtstrend bekommen. Wir laufen dann erstmal entsprechend diese Liste hier unten an und dann in dem Moment hätten wir dann natürlich einen gültigen Abwärtstrend, der dann entsprechend hier die Kursziele im unteren Bereich anlaufen kann. So weit ist es momentan noch nicht, sondern wir sind jetzt hier in der Situation, dass der Markt sich irgendwo entscheiden muss. Läuft er nach oben? Haben wir wieder entsprechend diesen Aufwärtstrend? Und damit wäre das Szenario untermauert, dass wir doch deutlich steigende Kurse auch sehen können im Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und dann kommen wir noch zur schwedischen Krone in Koppelung mit dem US-Dollar. Und zwar schauen wir da auch wieder zuerst in den Tagesschart hinein. Ich hole mal das Währungspaar. So und hier haben wir das entsprechende Währungspaar auf dem Blick hier in dieser Situation. Was ist hier für mich momentan interessant? Interessant ist die Situation, dass wir übergeordnet einen Aufwärtstrend haben, der eine extrem starke Bewegung hingelegt hat, die jetzt natürlich hier sehr, sehr tief entsprechend auch korrigiert wird. Ich habe hier mal die Levels reingelegt. Sie sehen, dass der Markt ist deutlich unter die 50%-Marke auch gelaufen. Er ist auch mittlerweile in dieses Level hier oder an dieses Level herangelaufen, wo der Ausbruch kam. Ein bisschen Platz ist noch, aber wir sind dem Ganzen schon relativ nah auch gekommen und können hier entsprechend Umkehrsignale schon deuten, wenn sie bestätigt werden, dass der Markt entsprechend auch nach oben läuft. Ein solches Umkehrsignal haben wir gestern hier im Markt bekommen. Schauen Sie sich die Kerze hier entsprechend an. Wir haben hier diese grüne Kerze, die ich jetzt mit dem Pfeil markiert habe. Ich gucke mal, kriege ich die noch ein Stück höher? Jawohl. So, da wird es etwas deutlicher. Diese Kerze war das erste Umkehrsignal. Wird dieses Umkehrsignal bestätigt, dann eröffnet sich hier natürlich die Möglichkeit, dass der Markt weiter nach oben laufen kann. Das heißt, hier könnte dann die Bewegung starten mit seiner Bewegung, mit seiner Bestätigung dieses Umkehrsignals und dann die vorhergehende Richtung entsprechend auch wieder mit aufnehmen. Mit Blick in den Wochenchat. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum, den wir jetzt hier anschauen. Aber um das Potenzial einer Bewegung auch herauszuholen, schauen wir mal, wenn das hier nach oben läuft, wo wir hinlaufen können, wo der Markt, wie viel Potenzial der Markt hier entsprechend hat, nach oben hin das Ganze zu lösen. Das heißt, der Wochenchart ist jetzt hier wieder gebrochen. Wir haben keinen Abwärtstrend mehr im Wochenchart. Der Markt trendet hier nach oben, ist auch gut korrigiert. Das heißt, diese Umkehrsignale sind halt da. Und wenn die Woche weiterhin positiv verläuft, könnte hier auch in der Woche ein Umkehrsignal quasi entstehen. Das heißt, hier ist es doch sehr charmant, wenn wir dieses aus dem Tag heraus bereits jetzt traden können. Und da schauen wir einfach mal in die Stunde hinein, was in der Stunde passieren muss. Und wir brauchen hier in der Stunde natürlich die Situation, dass der Markt weiter nach oben steigt. Das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend in der Stunde schon einen Aufwärtstrend drinnen. Schauen Sie, ich zeichne Ihnen den mal ganz kurz ein. Also hier ist die erste Bewegung. Hier war entsprechend die Korrektur. Und dann läuft der Markt. Sie sehen es auch schön nach oben. Das heißt, wir haben untergeordnet jetzt schon einen Aufwärtstrend, der momentan in seiner Korrektur sich befindet. Und dann wäre es jetzt halt wichtig, dass der Markt wieder hochdreht und diese Punkte hier entsprechend auch mitnimmt, dass er diese anläuft, um hier die Umkehrbestätigung entsprechend auch zu bringen, dass wir sehen, der Markt will tatsächlich auch nach oben. Und dann haben wir hier im Stundenchart schon die nächsten Anlaufpunkte. Sie sehen es, die liegen in den kleineren Zeiteinheiten noch relativ eng aneinander bei 8,66, 1,8,3, dann hier bei 1,67, 5,24 und dann ein Stück weit höher haben wir noch die 8,70, 9,3,2, die im kurzfristigen Bereich liegen. Und wenn das dann auch gewuppt wird, dann ist hier nach oben hin auch ein Stück weit weg frei. Bis auf 8,85,9,08 in diesem Bereich. Also Sie sehen, es ist doch einiges an Potenzial hier in diesem Markt auf die Oberseite da. Wichtig ist, dass das Signal natürlich hier bestätigt wird. Also wir brauchen hier definitiv steigende Preise. Was hier auch passieren kann, der Markt hat natürlich auch noch Platz nach unten. Aus diesem Grund habe ich hier auch mal Level eingezeichnet, wo der Markt auch Unterstützungen finden kann. Das heißt, die Unterstützung, die wir hier im Markt momentan auch im Tagesschatz sehen, liegen um die 8,52,7,3,6 beziehungsweise etwas tiefer hier um die 8,49,0,1,1, was jetzt hier entsprechend auch angezeigt wird. Dort Unterstützungslevel, weil die Korrektur kann natürlich tiefer laufen. Also Sie sehen es, es ist wichtig, dass wir hier eine Unterstützung bekommen im Markt. Ich mache das mal ganz kurz raus, dass wir hier die Kerzen etwas besser sehen können. Und wenn diese Unterstützung hält, der Markt sozusagen nach oben läuft, dann ist das Potenzial hier entsprechend auch gegeben. An dieser Stelle bin ich damit auch mit fertig, wo wir jetzt die Handelsedien für heute auch besprochen haben. Ich hoffe, das hat Ihnen auch wieder gefallen. Was die Indizes auch angeht, wir schauen ja, viele Trader schauen immer gerne auch auf den DAX oder auf die US-Märkte. Wir haben gerade, ich ziehe den DAX mal ganz kurz ins Bild hinein, wir haben gerade Berichtssaison. Und für all diejenigen, die sich die Lage im DAX auch anschauen und etwas Research auch betreiben wollen, weil eine gute Planung ist Voraussetzung für eine recht ordentliche Performance dann am Ende aller Tage. Und hier ist es auch wichtig, dass Sie sagen, das Research spielt eine gewisse Rolle. Und Sie können, wenn Sie sich die Einzelwerte auch anschauen, gerade in der Berichtssaison, schon gewisse Tendenzen auch erkennen, wo der Markt hingehen kann. Und ich werde am Freitag in unserem längeren Webinar, wo wir auch den edukativen Teil drin haben, werde ich einmal darauf eingehen, wie Sie sich ein Bild von einem Index machen können, wie Sie sich die Lage eines solchen Indizes mal anschauen können und wie Sie einschätzen können, wie sich der Index möglicherweise entsprechend weiterentwickeln wird durch die Beurteilung der entsprechenden Bestandteile. Das machen wir dann am Freitag. Hier werden wir allerdings noch ein wenig Zeit haben. Ich möchte es nur schon mal ankündigen für diejenigen, die das Webinar auch immer schauen. Am Freitag gibt es dann wieder ein wenig Edukation. Und das werden wir dann Stück für Stück hier miteinander besprechen. Und da werde ich Ihnen mal zeigen, wie Sie ein Bild runter machen können, um die Entwicklung jetzt nicht nur von der klassischen Charttechnik abhängig zu machen, sondern auch mal so ein Gespür dafür entwickeln, was denn gerade am Markt los ist, was gespielt wird und entsprechend hier dann natürlich durch die Einzelaktien auch eine, sage ich mal, Vision davon entwickeln können, wie es kurz- oder mittelfristig mit dem entsprechenden Index weitergehen kann und damit Sie dann Ihre entsprechenden Handelssignale dort einstellen können beziehungsweise einordnen können, wie die Szenarien sich entwickeln könnten. An dieser Stelle ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefreut, auch wieder live Zuschauer hier direkt zu haben. Ich wünsche allen einen schönen Handelstag und dann bis morgen gegen 8 Uhr im Blog und um 9 Uhr dann entsprechend wieder hier im Video, wenn Sie mögen, live oder danach in der Aufzeichnung direkt auf Facebook oder im YouTube-Kanal von Tickmill. Bleiben Sie gesund, machen Sie gute Trades. Bis morgen, Ihr Mike Seidel.